Hallo ihr Lieben, ich bin's die Feli von Happy Book Campus. Hast du vielleicht auch bald eine mündliche Prüfung im Medizinstudium? Sei es das mündliche Physikum, sei es schon das M3, also das letzte Staatsexamen oder seien es Testate in Anatomie oder anderen Fächern? Dann bleib dran, in diesem Video erzähle ich dir fünf Schritte für die bestmögliche Vorbereitung. Schritt Nummer 1. Schritt Nummer 1 ist ein eher kurzer Tipp. Sobald du erfährst, wen du als Prüfer hast, also sei es zum Beispiel fürs Physikum oder fürs M3, würde ich dir empfehlen, gib doch einfach mal kurz ein den Namen von deinem Prüfer und schau mal, wer diese Person ist. Schau dir an, was sind vielleicht die Forschungsbereiche, was sind die Schwerpunkte, an denen die Person, der Professor arbeitet und so kriegst du schon mal einen ersten Überblick, was dich vielleicht erwarten kann, welche Themen vielleicht schwerpunktmäßig drankommen können in der mündlichen Prüfung. Schritt Nummer 2 ist nichts wie los und die Protokolle holen. Also das ist ein ganz wichtiger Schritt. Hol dir Protokolle, Altprotokolle, wenn es denn welche gibt, zum Beispiel vor dem mündlichen Physikum. Es gibt es ja häufig, dass die Fachschaften zum Beispiel Protokolle ausgeben von früheren Prüfungen, wo dein Prüfer, den du hast, geprüft hat. Und ja, hol dir diese Protokolle. Es ist so viel wert. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie gehst du dann mit diesen Protokollen um? Wie gehst du hier vor? Und dann habe ich das immer so gemacht bei meiner Vorbereitung auf meine letzte mündliche Prüfung, dass ich, wenn Themen dann häufiger vorkamen, also wenn zum Beispiel beim letzten Physikum der Prüfer die Speicheldrüsen abgefragt hat und auch im Herbst, dann habe ich das so gemacht, dass ich mir Striche hingemacht habe. Also wie so, ja, wie so kleine Striche, dass ich gesehen habe, oh okay, der hat das jetzt schon fünfmal gefragt oder siebenmal oder eben nur zweimal. Und so hatte ich schon mal einen Überblick, okay, welche Themen sind relevant, welche fragt er wirklich häufig und welche eben nicht so häufig. Und mir hat es sehr geholfen, mir das rauszuschreiben, weil diese Protokolle häufig nicht so übersichtlich sind. Jeder Protokollant hat ein bisschen anders geschrieben und ich persönlich kann aus Fließtext heraus nicht so gut lernen. Aber guck, was für dich passt. Für mich hat es sehr gut gepasst, mir die wichtigsten Punkte rauszuschreiben. Und so konnte ich dann eben auch mir dann grün markieren, beispielsweise, was ich schon wiederholt hatte und rot, was ich vielleicht noch gar nicht konnte. Und ja, gelb, wo ich noch irgendwas nachgucken wollte zum Beispiel. Wenn du jetzt natürlich ein Testat in Anatomie hast, dann gibt es dafür ja häufig keine Altprotokolle. Das sind ja eher kleinere Prüfungen. Du kannst trotzdem was machen. Du kannst zum Beispiel ältere Semester fragen. Ja, da Studenten, die schon von demjenigen geprüft wurden. Oder du kannst natürlich auch im PrEP-Kurs selber gut aufpassen, was fragt denn mein Prof schon während des PrEP-Kurses häufig? Oder wo legt er sein Augenmerk drauf? Was fragt er vielleicht gerne? Es ist ja so, dass die Professoren, dass jeder so Sachen hat, die fragt er gerne, die fragt er öfter. Und wenn du da einfach schon die Ohren spitzt und da einmal guckst, okay, was fragt er zum Beispiel in Besprechungen? Bei uns gab es da häufiger so Besprechungen an der Leiche, wo wir, ja, wo der Professor oder die Professorin gefragt hat, bestimmte Dinge und jeder konnte was dazu beitragen oder auch nicht. Genau. Und dass du da einfach wirklich die Ohren spitzt, denn die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass der Professor vielleicht das Gleiche auch in den mündlichen Prüfungen fragt. Tipp Nummer drei ist nun natürlich, dass du die Dinge, die du entweder vorher dir in den Altprotokollen rausgeschrieben hast oder die du von höheren Semestern oder aus dem PrEP-Kurs aufgeschnappt hast, dass du die nun lernst und in den Kopf bekommst. Das ist natürlich klar. Und ja, hier kann ich dir natürlich wärmstens ans Herz legen, mit Gedächtnistechniken zu lernen, denn mit Gedächtnistechniken kann man einfach viel gehirngerechter lernen. Im Gegensatz dazu, wenn man sich die Fakten einfach nur versucht so einzuprägen. Unser Gehirn ist so gebaut, es denkt sehr gerne in Bildern und in Räumen und viel weniger gerne in abstrakten Zahlen und Fakten und Strukturformeln und in irgendwelchen komischen, in Anführungsstrichen, komischen Fachbegriffen. Und deshalb können wir uns das zunutze machen, mithilfe der Gedächtnistechniken, denn die Gedächtnistechniken beruhen ja so gut wie alle, beinahe alle, darauf, dass man die Fakten in Bilder umwandelt. Und das hilft unserem Gehirn ungemein, sich die Sachen schneller und langfristiger abzuspeichern. Also, mein vierter Schritt ist natürlich, die Inhalte zu lernen. Du kannst es natürlich vollkommen auf deine Art machen, wie du gut lernst. Meine Empfehlung wäre, hol dir ein paar Gedächtnistechniken rein. Wir haben ja auch viele Videos auf YouTube kostenlos, wo du gucken kannst und wo du rausfinden kannst, wie du das Ganze anwendest im Medizinstudium. Oder du kannst dir eins unserer Lernpakete auf www.happyhippocampus.com holen. Da bauen wir für dich schon optimierte Gedächtnispaläste und Eselsbrücken. Schritt Nummer fünf ist üben, üben, üben. Du hast jetzt die Sachen gelernt, du hast die Inhalte drauf und jetzt kommt es natürlich darauf an, dass du auch lernst, diese Sachen mündlich auszusprechen, mündlich zu artikulieren. Und das ist manchmal ganz schön ungewohnt. Im Medizinstudium müssen wir irgendwie zu 90% gefühlt kreuzen. Also, wir haben ganz viele Multiple-Choice-Klausuren und aber eben auch einige mündliche Prüfungen. Und damit du da dann gut vorbereitet bist, kann ich dir empfehlen, daheim das schon zu üben. Übe die Prüfungssituation. Stell dich hin oder setz dich hin und erzähle die Sachen. Es hilft so sehr, wenn du das schon mal erlebt hast, wenn du es schon mal gemacht hast. Dann ist es nur noch wirklich ein Bruchteil der Arbeit, sozusagen in der Prüfung, auch wieder die Sachen zu reproduzieren. Du hast es daheim ja schon alles mal erzählt. Also, setz dich daheim hin oder stell dich vor den Spiegel, erzähle dir selber die Sachen. Ich habe es dann manchmal so gemacht vor dem mündlichen Physikum. Ich bin auf und abgegangen, habe die Sachen ausgesprochen. In der mündlichen Prüfung ist es ja auch gut, wenn man das Ganze in einer Struktur erzählen kann. Bei den Multiple-Choice-Fragen ist es ja so, man kreuzt einen Fakt an. Aber in der mündlichen Prüfung ist es ja gut, wenn es so ein bisschen einen Zusammenhang zumindest hat. Und während du übst, kann ich dir auch ans Herz legen, versetz dich immer mal wieder in deinen Professor hinein. Frage dich, was würde denn ich an seiner Stelle fragen. Das hilft auch sehr, um mal die andere Perspektive einzunehmen vom Professor. Und was du auch machen kannst, ist natürlich, je nachdem, was du für ein Lerntyp bist, in Gruppen zu lernen. Also sei es zu zweit mit jemand anderem, der vielleicht mit einem Kommilitonen, mit einem Freund, der die gleiche Prüfung schreibt, äh, eben nicht schreibt, sondern die gleiche mündliche Prüfung hat. Oder sei es eine ganze Gruppe. Bei mir persönlich war es so, ich war eher eine, die für sich gelernt hat lieber. Ich konnte mich da irgendwie besser konzentrieren. Ich war nicht so der Gruppenlerner. Für manche Fächer habe ich schon mit anderen auch gelernt. Genau, bei anderen wiederum ist es so, die sind die totalen Gruppenlerner. Ich habe von welchen gehört, die Sachen nur in der Gruppe lernen. Und ja, je nachdem, welcher Typ du bist, kann es natürlich ungemein helfen, schon mal das durchzusprechen mit Kommilitonen. Dann könnt ihr vielleicht auch Fragen, die auftauchen bei dir oder beim anderen, könnt ihr gleich lösen. Also es kann viele Vorteile bringen und du kannst das Ganze ja auch mischen. Du kannst zum einen zu Hause üben, für dich, alleine, laut, indem du es vorsprichst. Und natürlich, zusätzlich kannst du dich auch in der Gruppe treffen mit anderen Kommilitonen, und mit anderen Medizinstudenten. Ich fasse noch mal kurz die fünf Schritte zusammen. Schritt Nummer eins, google deinen Professor, den du in der mündlichen Prüfung hast und schau, was seine Schwerpunkte und was vielleicht seine Forschungsgebiete sind. Schritt Nummer zwei, hol dir Altprotokolle. Sei es vor mündlichen Physikum, wirklich die schriftlichen Protokolle oder sei es, dass du ältere Semester fragst. Schritt Nummer drei, schreibe dir die wichtigsten Fakten raus, die dein Prüfer gerne und häufig prüft. Schritt Nummer vier, lerne die Fakten, lerne die Inhalte. Und meine Empfehlung hier, lerne sie gehirngerecht mit Hilfe von Gedächtnistechniken. Und schließlich Schritt Nummer fünf, üben, üben, üben. Übe die Prüfungssituation daheim, entweder alleine oder zusammen in einer Gruppe. Ich hoffe, dieses Video hat dir geholfen. Wenn ja, dann lass gerne einen Kommentar da. Schreib, was du gelernt hast aus diesem Video. Schreib, was du dir vielleicht noch für weitere Tipps wünschen würdest. Und ja, abonniere gerne unseren Kanal Happy Book Campus. Schau auf unserer Homepage vorbei www.happybookcampus.com. Du kannst dich da auch kostenlos zu unserem WhatsApp-Verteiler eintragen, wo wir immer mal wieder Lerntipps und Motivationsschübe umschicken. Ich freue mich, dich bald wieder zu sehen. Macht's gut. Ciao.